Okay, damit sieht man gar nichts, aber ich sehe zumindest da was. Der ist schon mal tot. Was haben wir denn noch so schönes hier? Da oben. Munition. Ist immer schön. Endlich. Oh. Das ist vielleicht keine gute Idee hier drin zu sein. So. Verdammt, geh doch mal down. So. Den haben wir weg, den haben wir weg. Da bewegt sich nur einer. Nachladen. Ich hoffe, ich bewege mich jetzt nicht zu weit nach vorne. Was macht er da vorne? Okay, da vorne war auch noch einer. Ja, ich sehe ihn. Er flieht aber vor mir. Da oben sind auch noch. Äh. Ja, von wo kommen die Schüsse jetzt? Nein. Okay. Der Typ ist auch weg. Nein. Aber der hat noch Munition dabei. Das ist doch schon mal... Der hat noch mehr Munition dabei. So. Sind hier noch irgendwelche... ...gleichen. Soldaten der Roten Armee. Boah. Eure Munition und eure Rationen sind knackt. Und eure Anführer haben euch verlassen. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt. Und benutzt euch jetzt, um ihr Regime zu beschützen. Eure Anstrengungen sind nutflucht. Und euer Tod ist vergeben. Nur der Sieg wird... So, ich glaube... Ich bin so langsam hier durch. Obwohl... Vielleicht auch... ...nicht so... ...ganz. Äh... Hier wird... ...das hier lieber benutzt. So. Na, was haben wir denn hier unten so? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Nachladen. Nachladen. Hallo? Auf den Boden, Mister. Ah, da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Boah. Nein. Ich sehe nichts. Uuuuh. Von hier aus müsste die mich nicht treffen. Gut. 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 Haben wir hier noch irgendwas? Boah. Wo ist der Soldat hin? Und... Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir überhaupt hin? Gut. Hallo? Hallo? Und was... ...war hier jetzt genau drinne? Dass das so... ...sinnvoll ist? Erstmal... ...und dann... andere Richtung. Oh, wir müssen sogar diesen Tunnel folgen. Oder auch nicht. Huhu. Was hat das jetzt gebracht? Mhm. Äh. Oh. So. So. Jetzt haben wir wieder... ...Licht. Habe ich... Ich habe manchmal mein Licht an. Boah. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah. In die Richtung. Gut. Gasmaske haben wir... Oh. Gasmaskenfilter sollten wir neu machen. Oder... ...war das der neue Gasmaskenfilter? Boah. Ich bin so verpeilt. Ich weiß über... Sprengfalle. Nein. Doch. Es war eine Sprengfalle. Aha. Okay. Wir sind jetzt ganz unten. Aber was... Was wollen wir hier? Oh. Also... Wieder nach oben. Denn ich weiß nicht, was wir hier machen. Achso, man konnte... Man konnte das Ganze auch von hinten infiltrieren. Aha. Wir hätten da auch einfach komplett durchlaufen können. Gut. Zu wissen. So. Hier konnten wir hoch. Das war alles... Das war alles leer. Wow. Runter, 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 runter. Runter und verschanzen und dann nachladen. So. So. Und... Licht aus und... Na? Also, die kommen nicht runter. Das ist scheiße. Boah, ich möchte das Level noch zu Ende spielen. Wir haben Besucher! So. In der roten Armee. Eure Munition und eure... ... Wir haben hier einen verdammten Toten. Wir haben hier einen verdammten Toten. Well. Lade nach! Ich kann so schlecht schießen. Das ist einfach unglaublich. Und ich sähe es noch nicht mal. Wo sind hier noch gesunde Menschen? Oder noch lebende Menschen? Ehe? Man kann so schlecht schießen. so erstmal munition einsammeln und nein nein hier ist nichts